mit mit dem Wachst der Kürzis alles kommt das genau das was er ich gehe nach Hause ich weiß nicht mehr wie das ging das war doch irgendwie Zufall was wir geschafft haben genau von dort dann irgendwie runterspringen nee das war nicht mehr richtig das ging zu weit haben wir es überhaupt geschafft gehabt ja hat mich aber ich weiß nicht mehr wie ok ab jetzt beginnt das richtige überlegen ich habe mir echt nicht mehr sicher aber was ist denn jetzt schießt mal da oben hin dann ne das geht nicht mach mal mach mal einfach mal dass der dich abfängt wenn du runterspringst dass du dort irgendwie im Flug nochmal wechseln musst weißt was ich meine ne ist nicht richtig was ist ja man kann es aber probieren vielleicht gibt es mehrere varianten ja warte ich kann mir gleich machen so dort in dem Flug musst du jetzt erändern äh das ist blau das liane wechseln sondern dann dort drauf schießt oh nein ich weiß es wieder ich weiß es wieder Jetzt kommt der Schlaue Jetzt bin ich mal gespannt Komm mit Da platziert ein anderes Portal da Welches? Das Gelbe Und jetzt spring doch mal rein Ja, das hat nämlich nichts geändert gehabt Nein, du musst es von oben machen Aua, was habe ich jetzt gemacht? So Ich komme mit hoch Ach genau Ja genau Da wurde es ja jetzt hier abgefangen So Du musst mir sagen, wenn du bisschen niedriger bist Warum? Jetzt werde ich niedriger, ja, aber ich müsste es ja ändern Ah nein, das war falsch Hä? Ich werde jetzt mit weniger Schwung rübergesprungen, weißt du? Okay Vielleicht war das so, ich weiß es nicht mehr Ich frage mich sowieso, wo du gerade bist, aber okay Nein, 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 warte, ich mache dann, ich ändere Lust dann um Hä? Hä? Aua? Was? Was? So Ja, was willst du umändern? Jetzt bin ich mal gespannt Ja Alter, das ist nervig Dieses Level bringt mich noch zur Verzweiflung Das hat mich ja damals schon zur Verzweiflung gebracht Ja und jetzt? Hä? Hä? Ich weiß nicht, was dein Sinn dahinter war Okay, das war komplett behindert Ah ne, das war wieder falsch Mach mal nochmal oben hin Hab ich Ich werde es jetzt mal so probieren 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 Aua Jedenfalls komme ich hier raus Rot 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 Gelb Gelb Rot Gelb Rot Rot Nein Sind wir noch zu weit Bäh Hallo 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 AAAAAAA So was ist passiert auch nie ganz also die Aufnahme geht schon wieder 20 Minuten finde ich ziemlich geil Speedrun das haben wir nie gesagt das kann doch aber nicht so schwer sein nein das ist es auch nicht also du wirst ja auch nicht langsamer das Portal kannst du auch nicht weiter runter setzen du kannst wirklich nur mal probieren dieses abfedern dass du jetzt eben drüben an und zu einer seite von 1 und 2 oder 2 ebenst dein lilanes Portal entsetzt wo ist das jetzt denn ach so jetzt hast du es blau genommen ich probiere mal kurz jetzt bin ich mal hier dran so und so jetzt machst du hier unten deine beiden blauen Portale hin lass es so lass es so erstmal sowas habe ich nicht hier oben hier oben habe ich gelb du sollst doch nichts ändern ich glaube ich habe die Lösung gab es ich wollte mal eins ausprobieren mach nicht so lange ich versage einfach mal zu hoch geschwungen so was habe ich jetzt rot ich habe rot oben und jetzt war mal die äh blau lila genau du änderst einfach mal die die andere Seite also wenn äh du hast rüberschießen die Frage die ich sage okay ist egal wann so hey blau lila ne warte warte auf welchem auf dem anderen auf zwei oder genau ne auf eins oder also da wohl doch keins drauf ist ich sehe gerade die Zahl nicht eins lila hellblau ist doch viel zu hoch gut geht doch hä wie ging das alter ich raste hier aus diese verdammte Scheibenkleister wo bist du denn jetzt ach du bist hier ich habe ich könnte lassen schon mal mehr ich glaube ich beende erstmal ne ich werde einfach den Part so gut äh jetzt so schneiden wieder dass das hier eine extra Folge wird weil sonst geht das hier dreieinhalb Stunden lang und hallo alter ach man kann sich leider nicht in die Wand reinbobben was ist denn wenn wir gleichzeitig runterspringen und uns in der Mitte treffen und dann runterfliegen keine Ahnung keine Ahnung so hat man das als ob das die Lösung ist so ich bin mir interessiert ob wir das hier echt geschafft haben so war mal also hier im Portal hin und jetzt mit durchkommt jetzt kommt es mir mal mit durch also du bleibst da drüben du bleibst da drüben hast du dein lilanes Portal und setzt jetzt ich sag jetzt mal da drüben dein blaues oder dein lilanes auch egal gut ne also setzt mal da drüben das blau hin setzt mal setzt einfach mal das blau genau ok das ist lilanen ist jetzt aber auch scheißegal weg äh und ich mache jetzt einfach mal wir werden in gleichzeit ach nee es wird nicht gehen wir werden hier rein springen können doch wir werden rein springen können oh mein Gott nee das wird so riskant das wird so riskant bleib mal hier drüben bleib mal da drüben oh mein Gott wird das jetzt riskant Achtung bleib so bleib so bleib so ja alter what the fuck what the hell what the hell und jetzt ist und dann war es auch mit dem level glaube ich wieder mal dann kann ich auch den path wunderschön beenden nach dreieinhalb jahren schmeiß sie rein schmeiß sie rein was passiert wenn man jetzt weg geht in kürze wird das wort blau fortlaufend wiederholt wenn ihr einmal eine zahl anstelle von blau hört ignoriert es dies ist ganz und gar unwichtig die 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 hallo aber auch um scharf freigeschalten nicht gedacht dass ihr so weit kommt schilder Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Geil, Dankeschön. So mal. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Geil. Ich könnte mal ein Team, das sich noch näher stammt. Ja, ich bin runtergeflogen. Der andere, nun. Aua, das ist das nicht schön. Gut, Leute. Transport, Schächte, also hier Nummer 4. Wie ich sage, machen wir im nächsten Part, wenn ihr euch, äh, wenn euch das Ganze gefallen, erkennt ihr auch nur um, wenn ich einen Daumen und Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das Ganze gefällt oder auch nicht, ein Abo da lassen und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis nächstes Mal sagt ihr, wenn man das Wort und der Liebe, tschüss, bald. Ciao.